Erlehnung an Anmerkung 6a zum Kapitel 2 der KM hat die Zollverwaltung zusätzlich... ...sogenannte schweizerische Erläuterung... ...zum Zolltarif publiziert. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer zum Beispiel Bündnerfleisch. Ausgeschlossen von diesem Kapitel bleibt hingegen Fleisch, bei dem die Würzstoffe auf allen Flächen des Erzeugnisses verteilt und mit bloßem Auge wahrnehmbar sind. Untertitelung des ZDF, 2020